Naturverbunden, bodenständig und technikinteressiert, das ist Simon. Ich bin der Simon, ich bin 18 Jahre alt, ich war schon immer sehr in der Landschaft interessiert und habe schon viele Traktoren herumgeschraubt und ich habe jetzt einen Beruf gefunden, wo ich das alles machen kann. Denn Simon macht eine Lehre zum Nutzfahrzeugtechniker mit Systemelektronik in der OBUS-Werkstatt in Salzburg und lernt hier so einiges. Also man lernt eigentlich vom Werkstatt zusammenräumen bis zu gräbere Arbeiten wie Bremsen machen. Heute müssen wir bei unseren eichen Busse beim Helster einen Stangendruck einstellen und beim Kompressor beim Luftdruck noch die zwei Filterpatronen tauschen. Erst schraubt Simon mit dem Filterband die Patrone herunter. Schauen, dass es gereinigt ist. Nachher nehmen wir zwei neue Tichtringe ein, die dann ein wenig einfetten. Und nachher schrauben wir es wieder auf. Der regelmäßige Tausch der Filterpatronen ist enorm wichtig. Also ein Lufttruckner ist dafür da, dass er die Feuchtigkeit aus der Luft herausfiltert. Und wenn man das nicht macht, kann es passieren, dass die Leitungen im Winter zugefroren. Dann stellt Simon noch den Stangendruck ein und kontrolliert alle wichtigen Schrauben. Das Arbeitsklima darin ist sehr gut. Wir verstängern uns untereinander. Für die Zukunft hat Simon schon konkrete Pläne. Also jetzt bin ich dabei, dass ich meine Lehre fertig mache. Nachher mache ich als erster die Gesellenprüfung. Wenn ich das gemacht habe, kann ich dann noch einen Meister dranhängen und die Meisterprüfung machen. Egal ob Traktor oder Obus, mit viel Motivation, technischem Verständnis und Leidenschaft bringt Simon sämtliche Nutzfahrzeuge auf Vordermann. Alle Informationen zu Jobs bei der Salzburg AG finden Sie auf www.salzburg-ag.at. 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 www.salzburg-ag.at.